ein sieg für die ewigkeit diesen satz gebrauchte einmal ein kommentator eines fußballspiels das ich mir anschaute im fernsehen ein sieg für die ewigkeit und er meinte natürlich dass die fußballer etwas großartiges geleistet hatten ich glaube es war noch nicht mal ein finale irgendein vielleicht bedeutungsvolles spiel ich weiß es nicht mehr aber einmal ein held sein einmal im mittelpunkt stehen einmal im finale stehen und den pokal hochhalten dieser wunsch nach etwas bleibendem nach etwas bedeutungsvollem nach etwas großem dieser wunsch etwas großes zu leisten bedeutung und anerkennung ehre zu haben der steckt in uns menschen drin in unserem bibeltext geht es heute auch um eine großartige leistung es geht um einen sieg für die ewigkeit um einen sieg der wirklich auswirkungen für die ewigkeit hatte es geht um die versuchungsgeschichte jesu und in hebräer vier vers 15 da lesen wir denn wir haben nicht einen hohen priester der nicht mitleid haben könnte mit unseren schwachheiten sondern der in allem in gleicher weise wie wir versucht worden ist doch ohne sünde jesus in allem versucht wie wir doch ohne sünde das sehen wir in unserem text heute es stand viel auf dem spiel sehr viel nicht weniger als die rettung der gesamten menschheit aber jesus blieb der sieger ein sieg für die ewigkeit schauen wir uns den text an matthäus 4 1 bis 11 ich lese aus der elberfelder bibel dann wurde jesus von dem geist in die wüste hinauf geführt um von dem teufel versucht zu werden und als er vierzig tage und vierzig nächte gefastet hatte hungerte ihn schließlich und der versucher trat zu ihm hin und sprach wenn du gottes sohn bist so sprich dass diese steine brote werden er aber antwortete und sprach es steht geschrieben nicht von brot allein soll der mensch leben sondern von jedem wort das durch den mund gottes ausgeht darauf nimmt der teufel ihn mit in die heilige stadt und stellt ihn auf die sinne des tempels und sprich zu ihm wenn du gottes sohn bist so wirf dich hinab denn es steht geschrieben er wird seinen engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den händen tragen damit du nicht etwa deinen fuß an einen stein stößt jesus sprach zu ihm wiederum steht geschrieben du sollst den herrn deinen gott nicht versuchen wiederum nimmt der teufel ihn mit auf einen sehr hohen berg und zeigt ihm alle reiche der welt und ihre herrlichkeit und sprich zu ihm dies alles will ich dir geben wenn du niederfallen und mich anbeten willst da sprach jesus zu ihm geh hinweg satan denn es steht geschrieben du sollst den herrn deinen gott anbeten und ihm allein dienen dann verlässt ihn der teufel und sie engel kamen herzu und dienten ihm aus unserem bibeltext können wir heute drei wichtige punkte mitnehmen erstens lass jesus dein handeln bestimmen zweitens lass jesus deine gefühle bestimmen und drittens lass jesus deine wünsche bestimmen erstens lass jesus dein handeln bestimmen in fest 1 heißt es zuerst dann das bedeutet dass diese begebenheit direkt nach der taufe stattfand die taufe war der öffentliche beginn von jesu dienst und dann wurde er von dem geist in die wüste hinauf geführt die wüste ein ort der stille oft auch ein ort der vorbereitung ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück mit geist ist hier der heilige geist gemeint der heilige geist führte jesus nachdem er nach der taufe auf jesus gekommen war in die wüste das heißt es geschah nicht zufällig dieser gang in die wüste er verfolgte einen bestimmten zweck um von dem teufel versucht zu werden das ganze leben unseres herrn und erlösers verfolgte einen zweck jeder tag jede sekunde waren nicht zwecklos sie waren ausgerichtet auf ein ziel ausgerichtet auf kreuz und auferstehung auf seinen großen auftrag aber warum sollte er vom teufel versucht werden gott wollte beweisen dass jesus würdig ist dass jesus allein würdig ist der retter der menschheit zu sein und zu werden der teufel aber er wollte hier ganz massiv diesen rettungsplan gottes durch kreuzen er wollte jesus zur sünde verleiten er wollte dass jesus als retter der menschheit unbrauchbar wird werfen wir einen blick auf den gegenspieler gottes aber vorher noch ein paar andere bemerkungen es ist gut dass wir den feind gottes unseren gegenspieler auch unseren feind kennen dass wir seine tricks seine raffinessen seine gemeinheiten kennen aber viel viel wichtiger ist es dass wir unseren herrn und erlöser nämlich jesus kennen den sieger das ist das entscheidende und jesus macht uns hier in der geschichte auch noch auf etwas anderes aufmerksam was wir auch unbedingt kennen sollen gerade in versuchungssituationen nämlich gottes wort am besten auswendig was erfahren wir nun über den feind gottes in unserem text werden drei verschiedene ausdrücke für den teufel gebraucht erstens teufel das wird firma dieses wort wird viermal verwendet griechisch diabolos es meint verleumder ankläger und zwar immer mit böser absicht jemand der ohne grund in zweit auseinander bringt zweitens in vers 3 wird das wort versucher gemeint genannt jemand der absichtlich jemanden zur verleiten will drittens in versehen nennt jesus den teufel satan das bedeutet widersacher gegner der teufel ist keine witzfigur keine figur mit langem schwanz und hörnern so wie er oft dargestellt wird verharmlosend verniedlichend als ob man ihn in der tasche hätte und bestimmen könnte oder hat ihn überhaupt nicht gibt natürlich jesus wurde also vom geist gottes in die wüste geführt um seinem hauptgegner seinem feind zu begegnen dem teufel dem personifizierten bösen in vers 2 erfahren wir dann dass jesus 40 tage und 40 nächte gefastet hatte und das fasten das war immer begleitet mit intensiven gebet jesus bereitete sich also vor mit gebet mit fasten er bereitete sich vor auf seinen wichtigen auftrag nach diesen tagen hatte jesus hunger wir sehen hier die menschliche seite jesu die zahl 40 hat in der bibel übrigens eine sehr große bedeutung ist die zahl 40 kommt sehr sehr oft vor ich möchte nur auf drei parallelen kurz eingehen das volk israel war 40 jahre lang in der wüste eine vorbereitung auf den einzug in das gelobte land natürlich auch eine strafe gottes mose lebte 40 jahre in der wüste dann bekam er von gott den auftrag führe mein volk aus ägypten mose fastete 40 tage in der wüste nicht 40 jahre und dann empfing er das gesetz gottes also immer wieder vorbereitungszeit jesus war durch diese intensive fasten zeit sehr geschwächt er hatte hunger und genau in dieser situation da griff der feind an er wollte diese körperliche schwäche jesu ausnutzen die ersten beiden versuchungen fangen an mit wenn du gottes sohn bist der teufel wusste natürlich wer jesus war er wollte eigentlich sagen weil du gottes sohn bist weil du gottes sohn bist sprich doch dass diese steine zu brot werden der allmächtige schöpfer des universums jesus der das ganze universum durch sein wort geschaffen hat für ihn wäre es doch nur eine kleinigkeit gewesen diese paar steine zu brot zu machen du hast doch viele möglichkeiten als gottes sohn gottes sohn muss nicht hungern gottes sohn kann doch mal ebenso paar steine zu brot machen ist es falsch wenn wir für uns um essen kümmern wenn wir hunger haben nein natürlich nicht aber dieses wunder war nicht im willen des vaters jesus hatte eine innige liebesbeziehung zum vater er wollte immer nur in jedem augenblick die werke die taten tun die der vater vorbereitet hatte darum antwortete jesus mit einem zitat aus 5. mose kapitel 8 vers 3 es steht geschrieben nicht von brot allein soll der mensch leben sondern von jedem wort das durch den mund gottes geht jesus berief sich auf gottes wort für ihn hatte das alte testament eine sehr große autorität altes und neues testament gehören untrennbar zusammen und das gilt auch für uns heute wo ja öfter der die meinung vertreten wird das alte testament ist egal das hat für uns gar keine bedeutung mehr nein es ist auch für uns wichtig was lernen wir aus dieser ersten versuchung erstens wo werden wir zu dingen verleitet die gott nicht gefallen versuchungen begegnen uns im alltag oft ganz plötzlich sie betreffen dinge des alltags so wie bei jesus hier das essen als wir als familie noch in süddeutschland lebten da ging an einem tag ein glas meiner brille kaputt es war jemand aus versehen draufgetreten und derjenige der bot anders über seine versicherung abzuwickeln also ich ging dann zum optiker hin und der optiker erfuhr dann dass es ein versicherungsfall war und er hatte dann eine hammer idee also keine die idee war nicht so hammer also so gut sondern er hatte wirklich eine hammer idee er sagte wissen sie was wickeln sie die brille einfach in ein tuch und dann nehmen sie einen großen hammer und hauen mal kräftig auf das heile glas noch drauf versicherungen sind manchmal komisch die machen abzüge wenn da noch irgendein teil der brille heile ist ich dachte ich traue mein ohr nicht mein optiker wollte mich zum versicherungsbetrug verleiten ich tat es natürlich nicht und schließlich kam das schreiben dann von der versicherung und was stand drin wir können leider gar nichts erstatten weil die brille schon zu alt ist ja was wäre gewesen wenn ich dem jetzt nachgegangen wäre gar nichts hätte ich gehabt null euro und dazu noch ein schlechtes gewissen leider gehen nicht alle versuchungen so gut aus in meinem leben aber ich darf wissen wenn ich falle darf ich zu jesus kommen wenn ich ihn ehrlich um vergebung bitte er vergibt mir gerne meine sünde ich darf einen neuen fang machen versuchungen begegnen uns also oft ganz plötzlich in unserem alltagsleben zweitens es ist immer besser gottes wort zu gehorchen immer besser und wichtiger als menschliche bedürfnisse zu befriedigen wenn wir nicht mehr von unserem herrn abhängig sind dann wird unser vertrauen auf gott vernichtet und drittens wie ist es bei uns was prägt unser handeln im alltag leben wir zur befriedigung unserer natürlichen bedürfnisse oder wollen wir einen bequemen weg gehen wollen wir das tun was wir wollen oder richten wir unser handeln auf gottes wort aus lassen wir unseren alltag von gottes wort von seinem willen bestimmen prägen oder drehen sich unsere gedanken um das was wir tun wollen wollen wir unser himmelreich unser königreich sozusagen hier auf erden bauen lass jesus dein handeln bestimmen zweitens lass jesus deine gefühle bestimmen der teufel gab sich mit seiner ersten niederlage nicht zufrieden er setzte nach jesus hatte bei der ersten versuchung gottes wort gebraucht und genau das tat jetzt der teufel auch er ahmt nach er will gott immer nachahmen er benutzte gottes wort aber er bis brauchte es wir sehen hier wie sich der teufel verstellte irgendwie hatte auf einmal einen ganz heiligen wortschatz er nimmt jesus mit in die heilige stadt er der tempel spielt eine rolle jesus der teufel spricht von von gott und von den engeln der teufel gebraucht ein zitat aus dem alten testament seinem 91 wir sehen hier also wie dass der teufel sich verstellte und in 2. korinther 11 vers 14 steht und kein wunder denn der satan selbst nimmt die gestalt eines engels des lichts an der teufel nahm jesus also mit sich in die heilige stadt nach jerusalem auf die zinne des tempels die zinne war wohl irgendein dach vorsprung genau weiß man das heute nicht mal auch wenn die archäologen da immer noch weiter forschen in kommentaren stehen ganz unterschiedliche meinung ist auch egal es ging jedenfalls tief runter und wieder begann er den satz mit den worten wenn du also weil du gottes sohn bist dann mach doch das und das wenn du gottes sohn bist dann wirf dich hinab denn es steht geschrieben er wird seinen engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den händen tragen damit du nicht etwa deinen fuß an einen stein stößt wir können hier mehrere dinge erkennen zuerst haben wir eine sehr starke parallele zum kreuz da sagen die vorübergehenden also die schaulustigen wenn du gottes sohn bist so steige doch herab vom kreuz also wenn du gottes sohn bist so wirf dich hinab wenn du gottes sohn bist so steige herab vom kreuz also wirklich fast wortwörtlich zweitens es gibt zurzeit ja wieder werbeplakate ich habe sie nicht so oft gesehen es kann man ein bisschen schlecht lesen ich habe ein foto gemacht österreich glaub an dich und bei der zweiten versuchung war es so als ob der teufel jesus eingeflüstert hätte glaub an dich glaub an dich du bist der sohn gottes die wird nichts passieren stürz dich einfach hinab jesus sollte sich als der messias israels beweisen mit einem wunder mit einer sensation mit einer einzigartigen show mit einer demonstration seiner macht vor den augen ungezählter menschen auf dem tempelplatz so sollte er in seinem tempel erscheinen und es gab wohl auch einige leute in israel die das kommen des messias so erwartet hatten aufgrund von malachie 3 vers 1 da heißt es und plötzlich kommt zu seinem tempel der her den ihr sucht und der engel des bundes den ihr herbei wünscht also ein plötzliches erscheinen des messias in seinem tempel das hätte ihm grenzenlosen ruhm eingebracht seine herrlichkeit gezeigt jesus sollte also öffentlich mit einer machtdemonstration beweisen dass er der messias ist aber er hätte gottes allmacht missbraucht die beziehung zum vater zerstört seinen eigenen willen getan es ging also um persönliche geltungssucht um den missbrauch seiner vollmacht um stolz letztlich ging es um stolz und drittens erkennen wir hier auch der teufel kennt das wort gottes aber er missbraucht es er verkürzt gottes wort er lässt aus er verdreht es er arbeitet mit halbwahrheiten denn psalm 91 gilt nur bei unverschuldeter gefahr nicht wenn es missbraucht wird jesus hätte aber gottes versprochen missbraucht er wäre seinem vater ungehorsam gewesen darum antwortete er wieder mit einer stelle aus dem fünften mosebuch diesmal kapitel 6 vers 16 wiederum steht geschrieben du sollst den herrn deinen gott nicht versuchen und hier steht im griechischen für versuchen ein anderes wort als in vers 1 hier meint es mehr auf die probe stellen herausfordern es ist sehr sehr gefährlich den lebendigen allmächtigen heiligen gott herauszufordern was lernen wir aus dieser zweiten versuchung erstens wo sind wir in der gefahr gottes wort für eigene zwecke zu missbrauchen bibelferse aus dem zusammenhang reißen gottes wort verbiegen vielleicht so auslegen wie es für uns angenehm ist wie es für uns möglichst wenig fordert oder kostet oder wo sind wir in der gefahr an uns zu glauben an unsere stärken unsere fähigkeiten unsere möglichkeiten und zwar losgelöst von jesus oder wo lassen wir uns zum stolz verleiten wo bilden wir uns vielleicht darauf etwas ein dass wir nachfolger jesus sind wo fühlen wir uns besser nur weil wir kinder gottes sind das soll nicht sein wo bestimmen falsche gefühle unser handeln lass jesus deine gefühle bestimmen drittens lass jesus deine wünsche bestimmen auch mit der zweiten versuchung hatte der teufel keinen erfolg er war gescheitert und darum versuchte er es ein drittes mal aber dieses mal war es so als ob er aufs ganze ging er zeigte sein wahres gesicht worum es ihm wirklich ging er versuchte alles ein letzter schlag es war die schlimmste heftigste versuchung im lukasevangelium sind ist die reihenfolge übrigens etwas anders die reihenfolge der versuchung der teufel nahm jesus mit sich auf einen sehr hohen berg er zeigte ihm alle reiche der welt alle herrlichkeiten in lukase heißt es und das geschah in einem einzigen augenblick bei der zweiten versuchung war es wohl wirklich so dass jesus auf der zinne des tempels stand sonst hätte die möglichkeit des hinabstürzens gar nicht bestanden es wäre gar keine versuchung gewesen aber hier ist es doch etwas anders hier ist eine es eine besondere schau denn seien so hohen berg wo man alle reiche der welt sehen kann gibt es nicht auf der welt es war ein besonders mächtiges blendwerk des teufels ein zauberwerk in vers 9 machte der teufel jesus ein versprechen das alles will ich dir geben diese herrlichen reiche und zwar auf der stelle sofort unter einer bedingung wenn du niederfällst und mich anbetest und die griechische form die betont hier diese einmalige handlung nur einmal ein einziges mal niederfallen und anbeten was hätte der teufel nicht gegeben dafür wenn er den sohn gottes auf seine seite hätte ziehen können nur ein einziges mal erkennen wir hier nicht auch die einflüsterung des feindes in unserem leben macht das doch nur ein einziges mal einmal ist kein mal einmal ist doch nicht so schlimm das macht doch jeder und wir erkennen hier worum es dem teufel wirklich ging dass er verehrt wird dass er angebetet wird und vor allen dingen dass dadurch dem die anbetung und ehre genommen wird dem sie allein gebührt nämlich gott dem vater im himmel ihm allein gehört alle anbetung und ehre zwei fragen stellen sich hier erstens konnte der teufel jesus überhaupt die reiche der welt anbieten und zweitens welches angebot machte der teufel jesus hier wirklich zur ersten frage jesus war die weltherrschaft versprochen worden ich habe hier nur drei stellen auf eine möchte ich eingehen die anderen könnt ihr selber mal nachlesen dann 7 vers 13 bis 14 ist ganz zentral und das möchte ich vorlesen ich hoffe das kann man erkennen ist ein bisschen klein da heißt es ich schaute in gesichten der nacht und siehe mit den wolken des himmels kam einer wie der sohn eines menschen und er kam zu dem alten an tagen und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde herrschaft und ehre und königtum gegeben und alle völker nationen und sprachen dienten ihm seine herrschaft ist eine ewige herrschaft die nicht vergeht und sein königtum dass es nicht zerstört wird jesus war die herrschaft und zwar die herrschaft über die ganze welt versprochen trotzdem lesen wir auch im neuen testament da gibt es einige stellen wo der teufel als gott dieser welt als fürst dieser welt bezeichnet wird wie passt das zusammen auch wenn der teufel durch den sieg jesu am kreuz endgültig besiegt wurde so wird jesus doch seine herrschaft erst nach seinem zweiten kommen sichtbar für alle aufrichten und bei der versuchung war der sieg jesu am kreuz noch nicht errungen darum konnte der teufel hier die reiche der welt anbieten und zur zweiten frage welches angebot machte er jesus hier wirklich der teufel bot jesus die reiche der welt auf der stelle an sofort ohne eine weltherrschaft auf der stelle und zwar ohne den schweren gang ans kreuz gottes rettungsplan wäre ein für alle mal durchkreuzt worden es ging dem teufel um die reiche der welt aber jesus ging es um gottes reich darum antwortete er wieder mit einem wort aus dem fünften mosebuch zum dritten mal fünftes mosebuch diesmal kapitel 6 fest 13 du sollst den herrn deinen gott anbeten und ihm allein dienen und sofort verließ der teufel ihn und engel dienten jesus was lernen wir aus der dritten versuchung hier in österreich gibt es ja die plattform will haben die online plattform dort kann man alles kaufen vom essgeschirr bis zum haus ich habe schon öfter selber davon gebraucht gemacht also ich habe nicht häuser gekauft aber kleinere dinge aber diese beiden kleinen worte drücken gut aus wie wir menschen ticken will haben zwei kleine worte die den geist unserer zeit widerspiegeln wir leben in einer zeit wo dieses will haben möglichst schnell gehen sollte man könnte die plattform eigentlich auch nennen will sofort haben vielleicht mache ich mal so eine auf nee lieber nicht das prägt uns heute was können wir noch erkennen es geht das hängt damit zusammen oftmals um die schnelle versuchung keine geduld kein warten das schnelle geld lieber eine eigenmächtige abkürzung wählen oft auf kosten anderer drittens wo bestimmen falsche wünsche unsere gefühle unser handeln jesus ließ sich allein vom willen des vaters leiten er ließ sich nicht vom teufel falsche wünsche einflüstern diese reiche der welt wären doch schön nein jesus nahm keine eigenmächtigen abkürzungen er war bereit gottes rettungsplan zu erfüllen diesen weg diesen schweren weg auch zum kreuz bis zum ende zu gehen aus liebe zu dir und zu mir zu jedem menschen und jesus ist uns hier wieder ein wunderbares vorbild darum lass jesus deine wünsche bestimmen ich fasse die punkte mit einem schaubild zusammen der teufel versuchte jesus dreimal auf drei verschiedenen ebenen genauso war es übrigens auch bei eva das werde ich gleich auch wird gleich auch sichtbar sein aber ich werde darauf nicht weiter eingehen auf die versuchung bei eva aber es gibt die parallelen und wir finden diese drei ebenen der versuchung in 1. johannes 2 vers 16 da heißt es denn alles was in der welt ist die begierde des fleisches und die begierde der augen und der hochmut des lebens ist nicht vom vater sondern ist von der welt und genau auf diesen drei ebenen werden auch wir versucht das sind jetzt ziemlich alte worte schwierige worte schauen wir uns das kurz an erstens die begierde des fleisches also das was der mensch tun will es geht um das handeln manche sagen auch das ist die versuchung des leibes des körpers es geht um menschliche leidenschaften zweitens der hochmut des lebens also da im text bibeltext ist dritte der hochmut des lebens das was der mensch sein will es geht um die gefühle manche sagen das ist die versuchung des geistes bei jesus dieser stolz er sollte stolz seine macht missbrauchen und drittens was der mensch haben will die wünsche oder auch wie manche sagen die versuchung der seele es geht um die gier nach besitz und nach macht das sind die drei ebenen auf denen wir angegriffen werden das heißt es betrifft unsere ganze person geist leib seele schauen wir zum schluss noch auf das was wir brauchen in situationen der versuchung wie können wir standhalten erstens wir brauchen dringend die totale abhängigkeit von unserem vater im himmel wir brauchen die leitung des heiligen geistes wir brauchen eine gute kenntnis des wortes gottes und zwar im kopf und im herzen am besten auswendig dann sollten wir den gegner und seine tricks kennen der teufel ist eine realität er setzt oftmals bei unseren schwachpunkten an sein ziel ist die zerstörung der beziehung mit unserem vater im himmel dafür benutzt er sogar gottes wort aber viel viel wichtiger ist dass wir diese gewissheit in unserem herzen haben jesus allein ist der sieger er ist stärker als der teufel er ist in allem versucht worden wie wir aber ohne sünde darum kann er auch uns in versuchungen siegreich führen und leiten beistehen es gilt für uns also lass jesus dein handeln bestimmen lass jesus deine gefühle bestimmen und lass jesus deine wünsche bestimmen man kann sagen lass jesus dein ganzes leben bestimmen ihr lieben damals stand alles auf der kippe gottes großer rettungsplan für uns menschen bei allen drei versuchungen sollte jesus seine macht missbrauchen aber jesus kam nicht um zu herrschen markus 10 vers 45 er kam um zu dienen er kam um sein leben als lösegeld zu geben für viele auch für dich und für mich jesus wollte keine abkürzungen er war bereit zu kämpfen und zwar auf einem weg der mit ablehnung mit verfolgung mit versuchungen mit leid und schließlich mit tod gepflastert war zuerst kam der opferalter das kreuz und dann der thron zuerst kam die dornenkrone ihr habt sicher im hintergrund auf den folien schon gesehen erst die dornenkrone und dann die königskrone jesus hat gesiegt er ist ein würdiger retter der menschheit er hat den sieg errungen auch damals gerade da in diesen versuchungen schon er hat gesiegt für dich und für mich es war ein sieg für die ewigkeit und darum gebührt ihm alle ehre amen